halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu exos zorgt sims vor den erdbeerfeld simulador für 2014 schaut euch mal diese schönen erdbeeren pflanzen an das ist doch der hammer guck mal erdbeeren normale normale erdbeeren und den scheint richtig gut zu gehen laut dem symbol da wie wir sehen die wahl spitze ist nur die halbe wahrheit es ist zwar ein erdbeerfeld so ein kleines es ist auch nicht der erdbeerfeld simulator sondern die gehören den twim quantum und da sind wir hier bei den quantums da ist er und der junge herr ist noch am schalafen da wollen wir den jungen mal wecken gleich gucken wir mal was sache ist und ja der junge herr den jetzt richtig gut weil das dem so gut geht es wird da einladen hier abzuhängen und zwar wird er einladen seine freundin genau mal gucken ob sie schon wach ist gestern hat sie ja geschlafen und mal gucken was ist los sie wird gleich da sein ja ich würde mal sagen gehen wir mal hier hin wir gehen wir schon richtung tür und wir machen da mal ein bisschen einschalten und zwar romantische musike sie klopft habe ich keine türklingel ist ja auch mal ding bitten zu gehen an marschbruch umarmen erst mal umarmen genau hier hat los so was haben wir denn muskeln zeigen genau zeig mal was du überhaupt hast damit sie wehst was du überhaupt zu bieten hast sie unterhält sich über das schöne lama hier vorne sieht auch schon toll aus und cds was haben die alle mit cds hier immer verstehe ich gar nicht oh ja lecker arme ritter vater macht leckere arme ritter kennen war sanft küsse ja das ist ein sanfter kurs ich weiß ja nicht der ist das ist ja schon der wahnsinn gut weiter geht's genau können die beiden eigentlich tanzen tanzen zusammen tanzen genau lassen wir die beiden mal tanzen trägt luna was ist los benutzt doch die tür zum tanzen einladen also wirklich also die ist manchmal auch ein bisschen seltsam naja kommt ja nicht von dieser welt das ist ein sehr merkwürdiger tanz muss ich mal sagen noch mal komplimente was kann er denn noch mal mehr auswahl jetzt machen wir müssen was romantisches mutiger schönes komplimente hier ein verrückten plan vorstellen vater pet noch wie man hier sieht der weiß ja nicht was hier los ist aber so ist es ja auch so vater wird wach was ist mit dem der hat hunger da weiß ich auch ein bisschen was da darf koch die da darf erst noch mal öffnen ich wissen dann noch drinnen zwei ein gericht nehmen und danach darf er kochen und zwar darf er dann potilias genau da darf er gerade noch mal eine große portion machen passt das so ok jetzt hat er auch hunger hat dann hat der mann hunger und lässt die frau weiter tanzen die kann muss sagen der kleid sieht wirklich schön aus so was müsste es rl technischerweise auch öfters geben wo geht vater hin aha der macht die tortillas mal auf dem grill wow guckt euch das mal an der grill wird benutzt da hat gerade jemand geklopft wer ist da gut so ne mann macht sauber das ist ja gut dann kann er sich wieder seiner freundin widmen ach ne der ist noch gar nicht so weit äh ach der grillt ich wundere mich gerade schon hä wieso grillt denn der jetzt hier wie wieso grillt denn der das ist ja merkwürdig ja er macht die tortillas das ist richtig äh will er die jetzt nicht essen oder ein gericht nehmen äh ja muss ich jetzt nicht verstehen das ist ja merkwürdig so wenn er gegessen hat äh schauen wir mal nach wie sagst denn jetzt der hunger sie ist bestimmt am zocken ja kaum kommt er außerirdisch auf der erde sonst am zocken kann ich gar nicht verstehen dino saurier und er denkt am fastfood obwohl er sich jetzt einen veggie burger macht das bin ich sowieso ein bisschen irritierend auf einen grillenden veggie burger darauf klatschen also wirklich ja also Mensch kann doch nicht wahr sein kann man sowas überhaupt essen ich muss los danke dass du dir zeit genommen hast ah toll so ein Mist au jetzt haut die mir ab hier wie spät ist denn das der 15.58 äh Mensch nur weil er essen wollte so Fadda Fadda darf äh die hier weglegen der darf die da weglegen und dann darf er sich hier hinsetzen dann lassen wir die beiden mal ein bisschen quatschen beziehungsweise oder mal wow wow was ist denn hier los Mikroskopproben sammeln auch Mikroskopproben sammeln aber Unkraut jäten nicht aber hier sieht es trocken aus oder wie ist jäten okay also wird der Sohnemann erstmal jäten und danach wird dann auch mal bewässern genau und Fadda Littes der wird Spiel spielen nee der wird nicht Spiel spielen quatsch der wird sich auch mal jemand einladen warte mal einladen hier abzuhängen wen nimmt er denn mit Maja Müller genau Maja Müller hallo Maja Müller genau ja hier gehen die Frauen ein und aus wie man merkt so und er ist richtig fleißig sie wird gleich da sein das ist schon mal sehr gut das heißt er kann schon mal hier hingehen oh gucken wir mal hier rein hallo Maja Müller ja habt ihr schon gesehen ähm hereinbinden okay Fuba Torca äh Benefi Tribs genau jetzt gehen die beiden rein und die beiden dürfen mal über Videospiel tratschen genau äh Zibara Frank und dann darf er einen Tag verschönern und dann darf er über Interessen reden genau sehr schön kann es hier freundlich zu Tim sein aha gut wie sieht es denn hier mit der Jäterei aus oh da rupft aber ja eine schöne Menge Zeug raus oh da fliegen hier die 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 Pusteblumendinger gut wie geht es dir an der Pflanze der geht es normal der geht es normal jo keine Ahnung der geht es wohl auch normal okay so wie geht es denn hier sozial ist schon mal ganz nett mittlerweile was ist da los was will sie machen feste eine Geschichte erzählen okay wir machen noch mal andere Musik an nicht dass die sich nachher verlieben Senderwechsel wir machen ein bisschen Pop an das passt immer ganz gut angenehmes Gespräch jo die unterhalten sich gerade ganz nett so jetzt haben wir ja die Bewässlichkeit ja immer ganz schön sowas passt wackelt und hat Air Condition wunderbar genau und da auch noch mal schön gießen oh ordentlich yeah die ist ordentlich ist auch mal schön so so ne Mann was kannst du noch machen mal gucken schau mal mal oh der ist noch voller Energie und so äh jene naja die geht warte mal wir lassen den auch mal ein bisschen Training machen genau halt falscher Charakter Ausdauerlauf genau so okay so seine Hygiene ist runter im Keller bald sozial sieht schon gut aus Spaß ist auch gut ich guck mal gucken Kartenspielen mit halt so nicht her her Kartenspielen mit Maya Müller lassen wir die beiden mal Kartenspielen wenn ich schon mal so einen Tisch habe sollte man den mal auch verwenden Gucken wir mal okay was spielen denn da was hat die für ein Blatt hier Gucken wir mal was ist denn das für ein Kartenspiel so mit einem Stern drauf oder sowas keine Ahnung mal sehen wenn da was abgelegt wird oder so die hätte gerne wohl ein Auto oder was Quatsch Sternzeit vom Auto ja auch ein Auto ja hier gibt es irgendwie keine Autos bei Simse 4 die fahren zwar rum aber ich habe noch keiner mit dem Auto fahren sehen so ja ja ah der ist wohl interessant der Herr gut was hat er jetzt für Bedürfnisse gehen die langsam weiter hoch die Sozialitäten ja passt schon ganz gut und so eine Mann ist hoppala 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 nicht gestolpern keine Verletzungen ohne hier oh du hast gleich wieder einen neuen Aufstieg genau passt schon oh zweimal was ist denn da passiert zwei Dinge passiert nochmal äh Fitnesslevel 5 Tim kann jetzt Proteinshakes an der Bar zubereiten außerdem kann er auf den Laufband laufen ohne zu schwitzen äh hä Laufen ohne Schweiß ok ist ja mein Ding Laufen ohne Schweiß cool und ach da Charisma Fähigkeit von Fada ja genau auch nicht schlecht soll er mal machen ja hä hä schade 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 guter Bar 20 Uhr schon wieder wow die Zeit hier rennt hier mal weg hier obwohl ich jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen langsamer laufen lasse keine Ahnung mal sehen was die Erdbeeren machen sieht man da schon was wie lange dauert denn das ist eine gute Frage vielleicht drei oder vier Tage oder so aber das wird immer dichter so von der Beblätterung das finde ich gerade richtig spannend mit den Erdbeeren äh normal 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 also super sind sie jetzt noch nicht das ist alles normal das ist so die Frage was haben wir denn hier äh Level 2 10 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln keine Ahnung weiterentwickeln wiss ich jetzt nicht cute ok was will er jetzt machen Tatsen ja warum nicht obwohl die Hyäne die langsam im Keller war hehehe so er kann dann langsam bitten sie dann zu gehen äh bitten sie zu gehen genau wow ist ganz schön hoch gut was haben wir denn da Hunger Hyäne ja auf alle Fälle mal Hyäne machen wo haben wir denn haben wir eine erfrischende Dusche und danach darfst du die Zoccheritis nochmal machen ich bin schon überlegen ob ich so einem Mann nochmal was im Jarten machen lasse wäre ich so eine Überlegung wert nochmal schauen ja ok läuft 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 Hunger naja ok ist alles in Ordnung dann darfst du Spiel spielen und du darfst Livestreamen und zwar darfst du Livestreamen die Zuflucht die Zuflucht genau so und du darfst weil es so schön ist doch nochmal was im Garten machen ich gehe nochmal kicken dass du mal für verschiedene Pflanzen nochmal machst machst du hier nochmal ein Probefeld das machst du hier hin lass mal ein bisschen ranzoomen schauen wir mal was haben wir denn hier an Gemüseligkeiten hier ist eben mal eine Zwiebel dann hast du nochmal einen Apfel ah man hier ey 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 so einmal einen Apfel dann eine Birne ok das ist aber blöder Abstand warte mal der Abstand gefällt mir nicht äh warte mal der Abstand gefällt mir nicht so ok vielleicht ist das aber zu nah weil das beide solche Dinger sind warte mal das sind Bäume die machen wir einen Baum hier hin einen Baum da hin hier machen wir die Zwiebel hin ok weiter geht's es ist ja so Platzierungsproblematiken hier Zeit stoppen erstmal so das war die Birne dann haben wir Basilikum ok das Basilikum haben wir auch was ist denn das achso ein Stein ich wollte schon sagen was ist denn für eine verschrumpelte Kartoffel wäre auch so ein Brüller oh hier hat er noch mal so ein Ding ist drin da war mal öffnen mehr haben wir nicht wir haben nur diese doch das werden mehr nix 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 Zwiebel ach hier ist doch noch was Löwenmäulchen genau ok Löwenmäulchen Erdbeeren hatten wir schon Basilikum hat man jetzt schon hingelegt genau und das Lilie Lilie haben wir noch eine Lilie ok eine Lilie 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 Fischi hat er da Fischi Fischi bringt jetzt nicht viel gut ok dann würde ich sagen geht es direkterweise weiter dann darf er einmal hier pflanzen ich gucke mal nach ob er direkterweise die anderen dann auffflanzt das weiß ich jetzt nicht können wir mal schauen wer echt mal so eine Überlegung wehrt gucken wir mal ach und dann mit der Milch in der Hand hast du Durst gehabt wobei trinken ist ja generell nicht verkehrt und genau er macht dann gleich alle das ist schon mal ganz gut und weil das so gut läuft darf er dann noch mal bewässern genau und jeden gibt es jetzt dann noch nicht mehr so jetzt holt er sich aha der Glas stellt er erst mal ab ok wow sehr schön Western 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 ja wir haben schon zu machen der Junge wow genau so hat er auch gemacht dann darf er das hier mal wegräumen ähm weglegen genau passt schon was sagen die Bedürfnisse Bedürfnisse Hygiene darf er noch mal was machen darf er hier hin da darf er da noch mal normal duschen und dann darf er was darf er denn noch machen das habe ich fast überlegen genau er darf er noch mal hier so über Aktion überdenken machen genau weil er macht ja gerne ein bisschen Logik das ist ja nicht mal so verkehrt ah bisschen Logik noch machen schubidubidu so zwei Uhr das heißt er geht jetzt schlafen ok passt schon und Vater kommt jetzt auch bald in die Falle Vater haben wir Hunger hat er warte mal den lassen wir noch mal essen den lassen wir noch mal essen 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 äh der kriegt äh den hier ein Gericht nehmen passt schon dann wird erst mal mit der Zockeritis aufgehört 27 tausende Fense genau sehr schön ok passt genau so schubidu hier haben wir den Kühlschrank ran danach darf er das verdorbene Essen aussortieren wie sieht es dann hier noch aus Hyäne ist sonst ok lassen wir hier mal ein bisschen radern genau das macht er auch schön weg oh der darf das hier mal säubern und danach darf er sie benutzen genau und danach geht es ab in die Falle ja das sieht ein bisschen übel aus der ist echt lustig drauf gut danach geht es ab in die Falle mit dir heute mal ein bisschen früher pennen sozusagen nicht erst um 8 oder so ah oh 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 das ist wenn man eingeschlafen will und ja hallo ja das ist ärgerlich so ja ja reparier mal so nicht pause hier zack so teile plündern dann aufwischen ich weiß du fühlst dich unwohl weil da wieder alle dreckig ist aber da kümmern uns schnell rum genau so hat er genommen und das wird weggeworfen und danach geht es aber in die Falle also wirklich hier gut ok passt so wo rennt er lang aha und schwuppdi wupp und da liegt da genau so ich wünsche euch allen wieder weil wir hier am ende angekommen sind einen schönen tag wenn es euch gefallen hat macht du schön nach oben und hinterlasst mal hier ideen kommentare oder andere jungen wie das euch so gefallen hat oder ob ihr da noch Vorschläge habt und dann schauen wir mal wie das hier weiter wächst und so und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder also ciao und bye bye ja